Mario Fischer, das erste Eistring der Vienna Capitals ist absolviert. Der Sommer ist vorbei. Wie war es für dich? Ja, leider viel zu lange ohne Eishockey. Zum Glück jetzt doch dann am Ende Flotter vergangen. Ja, wieder Freude mit der Mannschaft zum Trainieren am Eis. Ein bisschen warm in der Halle, aber das Eis ist gut zurzeit. Du warst in der letzten Saison lange verletzt. Wie hungrig ist man dann? Wie sehr fiebert man dann dem Trainingsauftakt entgegen? Ja, natürlich sehr lange. Also der Sommer war dadurch sicher um einiges nochmal länger. Ja, Verletzungen passieren leider. Am Schluss habe ich nochmal reinschnuppern dürfen. Das war aber nicht wirklich viel und der Hunger ist auf jeden Fall geblieben auf die heurige Saison. Was sind deine Ziele für 13-14? Gut abzuschneiden. Meistertitel. Wäre natürlich ein Traum in Wien mal wieder zurückzuholen. Die neuen Spieler in der Kabine, was ist dein erster Eindruck? Ja, alle freundlich. Nach einem ersten Tag kann man glaube ich nicht viel sagen. Aber so wie es sind. Also mit ein paar habe ich schon ein paar Worte gewechselt und ganz sympathische Kerle. Dann wünsche ich mir dir für die kommenden Aufgaben alles, alles Gute. Danke, Mario. Danke. Danke, ciao. Danke, ciao.